Hallo und herzlich willkommen hier bei Alex E. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist der 25. Mai 2022. Heute findet beim Bayerischen Eisenbahnmuseum in Nördlingen eine Fotozugveranstaltung statt und zwar mit mir und meinem Bruder. Ich fahre jetzt erstmal meinen Bruder abholen und wenn ich den eingesammelt habe, fahren wir weiter in Richtung Wassertrüdingen bzw. Nördlingen, um uns da die ersten Fahrten anzuschauen. Mit am Start sollen sein eine Dampflok-Baureihe 01, eine Dampflok-Baureihe 64, eine Dampflok-Baureihe 50 oder 52, eine V100-Diesellok und ein Schienenbus. Mein Fokus wird liegen auf der Baureihe 52. Die soll nämlich den Henkelzug, der ja schon öfters bei meinen Filmen war, ziehen und auf der V100. Ganz einfach auf den beiden Sachen. Die 52er ist zwar herzlich gewöhnlich, was die historischen Schienenfahrzeuge angeht, aber den Henkelzug, weil ich durch den zudem den örtlichen Bezug habe, möchte ich unbedingt sehen. Und die V100, ganz einfach aus dem Grund, weil in meiner frühe Eisenbahner Zeit war die V100 die erste Lokomotive, die ich geändert habe und auf der ich fahren konnte, durfte. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall sehen. Die 01er selbstverständlich auch. Ja und die 64er, naja gut, die ist von der Optik her nicht so mein Ding, aber ich gehe davon aus, dass sie mir auch mal vor die Kamera fahren wird. Dementsprechend werdet ihr die auch sehen. Und dann wünsche ich euch total viel Spaß. Und jetzt fahren wir erst mal 250 Kilometer. Bis später, wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis später, wir sehen uns. Nachdem wir dann dort angekommen waren, galt es erstmal einen brauchbaren Punkt für die Streckenaufnahme der V100 zu finden. Ein ursprünglich von mir ausgeguckter Punkt via Google Maps an einem Bahneberggang erwies sich dort vor Ort bescheiden. Und so kam es, dass wir kurz bevor die V100 um die Ecke kamen Stellung bezogen hatten. Fahr Вот, wir sehen uns. Wir fuhren dann dem Zug voraus nach Gunzenhausen, wo wir am Bahnhof die Ankunft des Zuges abwarteten. Wir fuhren. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und wenn man dann vor lauter Aufregung die Kamera fehlbedient, bekommt man leider von der Einfahrt keine Aufnahmen. Und in der Zeit, die die Lok braucht, bis der Fahrer wieder die Zustimmung erteilt hat, kann man sich dann ein bisschen an die Wagen hinkuscheln und ein bisschen schauen. Dann sieht man zum Beispiel, dass der Generator, der für die Batterieladung dieses Wagens zuständig ist, über einen Riemen von der Achswelle angetrieben wird. Man sieht, dass die Laufachse in der Mitte ungebremst ist. Und man sieht zum Beispiel auch das Laufwerk mit diesen zwei Achsen. Das ist ja ein Lenkachslaufwerk. Und diese beiden langen Schaken, die zwischen den Blattfedern und der Befestigung am Wagen drin sind, lassen das Lenken der Achse zu. Und dann kann man zwischendurch mal schauen, was an Gewöhnlichem auf der Schiene rumfährt, bevor man sich wieder den Altertümern widmet und die Verbindung der Dampfheizleitung und der 5 Bar Hauptluftleitung zwischen den Wagen begutachtet. Das ist ja ein Lenkachslaufwerk. Und das ist ja ein Laufwerk. Das ist ja ein Laufwerk. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Kurz vor dem Beifahren konnte man hören, wie der Dieselmotor nochmal gedrückt wurde. Hier hat der Lokführer das Fahrschalterhandrad in die Stufe 2 geschaltet. Das ist die Wandlervollfüllung. Das heißt, der Drehmomentwandler der Maschine bekommt Öl rein. Und es gibt eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Motor und Getriebe. Und der Dieselmotor wird leicht gedrückt. Und wie bei einem Auto mit Automatikgetriebe, mit einer Wandlerautomatik, kann man dann die Zusatzbremse als Bremspedal nehmen und die Lokomotive langsam auf den Park drauf zugriechen lassen. Und so sehr sanft das Ganze mit der Zusatzbremse regulieren und schön beifahren. Und gleich noch ein bisschen aufdrücken, damit die Puffer leicht gespannt sind. Und dann dauert es nur noch einen kurzen Moment, bis die V100-2100 mit dem Heizkessel voraus und dem Motor Richtung Wagenpark gekuppelt den Bahnhof Gunsenhausen verließ. In der Stadt K1700-2100 hier in der Stadtkommend. Und dann wieder fangen in der Stadtkommend. Dutzend das K170021-1300. Dutzend das hier in der Stadtkommend. Dutzend das hier in der Stadtkommend. Die Stadtkommend ist eine V100-20-1800-1900. Dutzend das K17001. Vielen Dank. Wir wechselten dann an die Strecke zwischen Nördlingen und Donauwörth außerhalb von Möttingen, wo ein Fotogüterzug mit der E94 an der Spitze zu uns stoßen sollte. Bei den Silos am rechten Bildrand taucht die E94 auf. Die Strecke zwischen Nördlingen und Donauwörth außerhalb von Möttingen, die Strecke zwischen Nördlingen und Donauwörth außerhalb von Möttingen, Die Strecke zwischen Nördlingen und Donauwörth außerhalb von Möttingen und Donauwörth außerhalb von Möttingen und Donauwörth außerhalb von Möttingen, von Möttingen und Donauwörth außerhalb von Möttingen und Donauwörth außerhalb des Möttingen. Ruhig. Nachdem die E94 in Harburg angekommen war, fand dort eine Kreuzung statt mit einem Güterzug, der von der 64419 gezogen war. Und dieser Güterzug fuhr nach der Kreuzung zu unserem Standort, wo wir ihn erwarteten. Nachdem die E94 in Harburg angekommen ist, dass die E94 in Harburg angekommen ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Von dieser 64 wollte ich eigentlich auch eine Drohnenaufnahme haben. Leider bin ich da von einem anderen Teilnehmer dieser Veranstaltung etwas aus dem Konzept gebracht und habe meine Drohne leicht aufgeschreckt, so früh in die Luft gebracht, dass dann, als die 64 kam, der Akku leer war und ich die Drohne zuvor noch fix landen musste. Aber gut, nachdem dann die 64 durch war, sind wir mal zum Bahnhof nach Nördlingen gefahren und haben dort in Nördlingen mal geschaut, was dort so an großen Dampfern und kleinen Dampfern auf dem Bahnhof rumsteht. Musik 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 Vielen Dank. 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 bei der 0-1er wird das Feuer unterhalten und in der Zwischenzeit hat die 64er an den Güterzug hinrangiert, wo dann auch die Bremsprobe für die folgende Fahrt durchgeführt wird. Ja, und nachdem zuvor schon eine Ausfahrt für die 64er gestanden hat, hatte ich schon fast die Hoffnung, die Hoffnung, die Hoffnung, die Hoffnung, eine schöne Aufnahme, aber das kam und ich bin, ich bin, ich bin, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt galt es erstmal wieder etwas Strecke zu machen, um dem bevorstehenden Fotozug mit der 0180 in Richtung Donauwörth an der Strecke die Aufwartung zu machen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 mit dem Krokodilhüterzug wieder kreuzen sollte, sind wir ein Stückchen zurück in Richtung Nördlingen gefahren, nach Möttingen, um dort in Möttingen nochmal die E94 abzupassen, bevor wir dann erstmal einen Abstecher ins Eisenbahnmuseum nach Nördlingen gemacht haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 die 52 81 68 das ist die lokomotive die später noch den henkelzug ziehen wird die stand hier im eisenbahnmuseum waren abgestellt gelegenheit also der lokomotive mal so ein bisschen unter ein rock zu gucken und dampflokomotive live und in farbe zu erleben so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Drehen wir ihn runter auf der Drehscheibe vor dem Ringlockschuppen ZDF, 2020 Ein interessantes Detail zwischen den Dampflokomotiven ist auf diesem Handwagen oder Gepäckwagen zu sehen Da liegt nämlich Scheitholz und dieses Scheitholz wird benötigt, um die Brennstoffe der Dampflokomotiven Entweder das Schweröl oder die Kohle, die ja ohne weiteres nicht mit einem Feuerzeug oder Streichholz anzuzünden geht Erstmal auf Entzündungstemperatur zu bringen und erstmal ein vernünftiges Feuer zu entfachen, mit dem man dann tatsächlich den eigentlichen Brennstoff in Brand stecken kann Die 44381 ist wie ihre nebendran stehende Schwester, Baureihe S3 Sextel, eine mehrzylindrige Dampflokomotive Hat also innen zwischen dem Rahmen nochmal weitere Dampflokomotive liegen und da werfen wir jetzt mal einen Blick auf das innenliegende Triebwerk Für denjenigen, der die Lokomotive warten und pflegen muss, bestimmt ein Traum, da Schmierstoffe hinzubringen Die 0180 sollte dann wieder den Bahnhof Haburg nach einer Überholung und einer Kreuzung verlassen und wir wollten da dabei sein Anscheinend führten aber irgendwelche Verspätungen der anderen Züge dazu, dass diese Kreuzung ausfallen musste Und wir so nicht rechtzeitig in Stellung gehen konnten, deswegen gibt es jetzt ein paar Bilder aus der hohlen Hand Meldungen Der coher. Meldungen von S Allis WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Während wir an der Strecke waren, war man in Nördlingen auch nicht untätig. Es wurde ein Zug neu gebildet oder umgebildet. Die V100 führt jetzt einen Güterzug von Nördlingen nach Wassertrüdingen und am Ende von diesem Güterzug hängt im Schlepp die 52er, die dann später ab Wassertrüdingen den Henkelzug zurück nach Nördlingen bespannen wird. Nördlingen Durch mehrere Halte im Fahrplan dieses Zuges war es möglich, ihn zu überholen und sich vor den Zug an die Strecke zu setzen und ihn nochmals abzupassen. Untertitelung im Auftrag des WDR Untertitelung im Auftrag des WDR Pass auf! Ja, leider muss man auch auf seine Mitmenschen Acht geben, da sie manchmal Scheuklappen dran haben, wie hier eben gerade gesehen. Am Bahnhof Wassertrüdingen selbst gab es dann gar nicht so viele vernünftig zugängliche Möglichkeiten, aber wir haben einen Standort gefunden, wo man dann schön, wenn der Henkelzug gebildet ist und losfährt, die Abfahrt desselben beobachten und hören und erleben kann. Sollte dem Patienten sein, wenn der Henkel aus der Nörfern ist, Als dann die Zylinder der 52er vorgewärmt wurden, war es absehbar, dass es in Kürze losgeht. Die Zylinder der 50er vorgelegt wurde, dass die Zylinder der 50er vorgelegt wurde. Untertitelung. BR 2018 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 Der Zug war mit 900 Tonnen Last bekannt gegeben, aber ich würde sagen, die 52er kommt mit den 900 Tonnen ganz gut zurecht. Untertitelung. BR 2018 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei der jetzt folgenden Aufnahme empfehle ich spätestens nach dem Kameraschwenk eure Lautsprecher voll aufzudrehen, denn was jetzt soundtechnisch geboten wird, ist einfach nur schweinegeil. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020